So, und dann gibt's heute ein neues Angespielt, und zwar eigentlich von, ja, Flive Universe. Es ist nicht wirklich ein tatsächliches Angespielt, es ist mehr so ein, hey, es gibt einen neuen Server, angespielt. Und ja, seit einigen Tagen mittlerweile ist es auch schon so weit, dass Flive Universe den FWC-Server online hat. Wenn ich das Skype drücke, dann gehe ich aus dem Vollbildenbrus aus, schön. Genau, auf jeden Fall, Flive Universe nochmal ganz kurz für die, die es nicht kennen. Es ist im Prinzip einfach Office-Live, nur als Browser-Version. Es wurde halt von Grund auf mehr oder weniger neu gecodert. Das heißt, die ganzen Bugs, die es im Office gibt, gibt's hier nicht. Teilweise aber auch schon, was auch wieder lustig ist, aber da gehen wir uns mal nicht genau drauf ein. Auf jeden Fall, dieser Server ist im Prinzip ein Event-Server, der wird nicht dauerhaft existieren. Und ja, es gibt hier kleine Bonis, wenn man hier drauf spielt, beziehungsweise einige Dinge sind hier einfacher, wenn man drauf spielt. Zum Beispiel sehen wir hier links die Flive Weltmeisterschaft. Es gibt 100% mehr, also doppelte Erfahrungen, doppelte Drop-Rate für Item-Drops und doppelte Upgrade-Chancen. Jetzt gibt's allerdings auch große Kritik an dem ganzen Projekt. Nicht, weil es schlecht ist, sondern eher, weil es halt existiert. Dieser FWC-Server, beziehungsweise FWC, Flive FWC, damals war ein großes Event. Das war 2000... Oh, ich weiß nicht mehr. 2010? 2012? Ich weiß nicht mehr genau. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall, es war halt mehr ein einmaliges Event. Flive Universe hat das Ganze aufgegriffen und macht jetzt, ich glaube, jedes Jahr, dieses FWC-Event, jedes Jahr quasi einen neuen Server. Und diese Server sind halt eben nur temporär. Und im Prinzip, viele sagen, es ist halt eigentlich nur ein Season-System. Das gleiche Season-System, was eben zum Beispiel auch Flive P-Server haben. Und das Ganze läuft hier x Monate und dann wird das Ganze gemerged auf die Haupt-Server. Natürlich ist hier viel los, natürlich kann man hier ordentlich leveln und so weiter. Aber angenommen, wenn ihr, wie ich jetzt aktuell, noch irgendwie 4000 Donate-Punkte habt auf dem anderen Server, könnt ihr die, glaube ich, hier... Könnt ihr hier nutzen? Ich glaube nicht. Gott, was ist denn hier alles passiert? Ich war selbst schon lange Zeit nicht mehr drauf. Nee, ihr könntet die sogar nutzen. Okay. Gut, aber natürlich, klar, Nachteil, wenn ihr jetzt halt irgendwie Items auf dem anderen Server bereits gekauft habt, wie zum Beispiel Amplis und sonst irgendwas, klar, könnt ihr natürlich jetzt hier nicht nutzen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin hier gerade schon echt ein bisschen verwundert, was es hier alles gibt. Ein Abenteuer-Glückselixier. 100% Drop-Rate von einem Cash-Shop-Item für drei Tage. Also hier hat sich echt einiges getan und ich muss sagen, ja, es ist halt leider... Also, sagen wir mal so, Flythe Universe startet ja wirklich als kaum bis gar nicht Pay-to-Win. Ganz am Anfang war wirklich gar nichts Pay-to-Win. Die sagten ja auch immer wieder so, ja, wollen wir halt eigentlich nicht und so weiter. Mittlerweile muss ich allerdings sagen, es ist nicht mehr so, wie die es damals angekündigt haben beziehungsweise versprochen haben. Ich meine natürlich, man kann hier sehen, aktuell für 1,7 Millionen Penia, was übrigens gar nicht mal so viel ist, kann man sich hier ein vergleichbares Item kaufen, allerdings halt nur halb so stark. trotzdem muss man halt einfach sagen, so ein Item wird halt einfach bei Weitem, wirklich bei Weitem, für den Spieler mehr bringen und auch wirklich den Spieler weit mehr oder viel weiter bringen einfach. Und ich meine, wir reden hier immer noch von, ich glaube, es müssten 5 Euro sein, damals waren es hier 5 Euro, 500 F-Coins waren 5 Euro, das schauen wir mal kurz nach, genau, 500 F-Coins sind 5 Euro. Und das ist übel, also ich meine für 3 Tage irgendeinen Drop-Buff mit XP-Buff und mit PVE-Schaden, einfach mal ein Fünfer, ja, 3 Tage für 5 Euro. Also, natürlich kann man sagen, so ja, das sind halt im Monat so und so viel, aber, also ich finde es einfach zu viel. Ich finde es, ich finde es nicht okay. Aber das sind einfach mal so meine, äh, meine 5 Cent zum ganzen Thema. Und ich meine, man kann es nicht mal ausrechnen, 5 Euro für 3 Tage, das heißt, kannst du nicht mal sagen, so okay, dann 30 Tage 30 Euro, sondern, wenn du es halt wirklich jeden Tag nutzen willst, dann bist du halt bei, grob überschlagen, äh, 45 Euro, roundabout, ist halt übel. Also 45 Euro, das ist halt ein AAA-Game-Vollpreistitel. Also, da kriegst du halt normalerweise schon echt eine ganze Menge. Und hier kriegst du halt einen Monat irgendein overpoweredes Power-Up. Naja. Okay, auf jeden Fall, hier gibt es noch so komischen Buff hier zum Beispiel von dieser Torte. Es gibt hier überall diese coole Dinge, die hier rumstehen. Ach, ich darf mich öfter 11 drücken. Oh Mann. Äh, Skype drücken. Ist ganz cool gemacht, hier haben sich auf alle Fälle hier ein bisschen Arbeit gemacht, schaut schön aus. Man merkt ja auch so, ah ja, okay, hier ist was Besonderes. Und das Ganze auch nicht nur so eine 2D-Textur, ist auch wirklich so dreidimensional gemacht. Also gefällt mir wirklich ziemlich, ziemlich gut. Wir haben am Wasser auch nochmal gearbeitet, sehe ich gerade. So, Buff, das wollte ich jetzt nicht. Oh Gott. Oh Gott, das ist ungewohnt. Ich müsste wieder in einem Client spielen, aber okay. Ähm, die Buffs haben sich hier irgendwie verändert. Also im Off-Fi gab es damals mal alle Buffs auf Level 11, glaube ich. Ich glaube, Level 11 war das. Oder ne, Level 7 war das. Sorry, Level 7 war das. Die haben Level 6, Level 5, Level 6, Level 5. Aber auch nur wieder manche Buffs. Verstehe ich jetzt also nicht ganz. Gut, ich glaube, die haben ja generell einiges zusammengefasst, aber ich glaube schon, dass es mehr Buffs gab als nur 4 hier. Ähm, ja. Natürlich, die Spielzahlen sind jetzt sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, ja, also 2008 Vibes äh, konfirmt, auf alle Fälle. Also hier, wenn man sogar mal durchläuft. Ähm, also wirklich wie damals wo du halt wirklich entweder schon zielen musst, wenn du irgendwie irgendwo hin willst oder wirklich nur damit via SD laufen kannst. Ähm, das ist halt schon wirklich, ähm, ja, schon witzig irgendwie, finde ich. Ich habe übrigens mal Bildschirm skaliert, deswegen ist es vielleicht ein bisschen komisch von der Größe her. Ähm, das Ganze skaliert ja eben mit. Das habe ich jetzt auch erst so bemerkt und, ähm, habe ich jetzt irgendwie nichts ganz erwartet, aber, naja. Genau. Ähm, FPS by the way, ihr seht ihr rechts 36, 42 FPS mit Aufnahme. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, mal so als, zum Vergleich, ich habe jetzt aktuell einen 7900X drin, also schon eine sehr gute CPU, GPU macht es ja eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Ähm, gerade diese vielen kleinen Elemente und Sachen, die gerendert werden müssen und Charakter und so weiter, sind halt sehr, sehr, ähm, ja, sehr, äh, CPU-lastig und weniger GPU-lastig. Natürlich auch, klar, aber, ähm, das ist mehr ein, mehr ein CPU-Bottleneck hier. Okay, ähm, da gibt es natürlich noch das alte Lotterie, den ganzen hier, da kann man drehen oder auch nicht drehen, ich muss Level 20 mindestens sein, okay. Und, ähm, es gibt auch noch ein paar andere Infos, die vielleicht wichtig sind für euch. Ähm, natürlich ist es ein bisschen zu spät, wenn man sich pre-registret hat, also vorregistriert hat auf, äh, Life-Universe für diesen FWC-Server, dann gab es drei ES-Amplis, äh, fünf Vitalik-X oder fünf Refresher-Hold, fünf Power-Scrolls, fünf Flask-Boxen und ein extra Bag 15 Tage. Ja, ist jetzt halt nett, sag ich jetzt mal, ich weiß nicht, warum es halt so ein Pre-Register-System gibt, ähm, vielleicht, weil die halt die Server mieten mussten und die sich so dachten, so, ja, kacke, jetzt wissen wir nicht, wie viel, und, ähm, ja. Ich meine, ein ganz großer Vorteil und ein ganz großes Plus hier an, für Flive-Universe ist natürlich, es ist alles endlich mal groß, weil, ich meine, Flive ist halt so für 720p-Bildschirme designt worden und nichts davon ist dynamisch oder skalierbar. Wait. Okay, lass mich kurz immer das, äh, fertig sagen. Ähm, auf jeden Fall, man merkt natürlich schon einen Unterschied, es ist alles sehr schön angenehm, man könnte sich hier zurücklehnen, man muss nicht irgendwie 30 cm vom Bildschirm hocken und draufstehen und schauen, ah, was steht hier? Sondern es ist wirklich, es ist angenehm lesbar, man kann ja drüber gehen, okay, blink, blablabla, easy. Ähm, oder auch hier gerade mal so, wenn man halt ein bisschen weiter weg sitzt, dann muss man teilweise auch mal so zweimal hinschauen, ist es schwer, dass es bloß eins oder bloß drei oder bloß acht oder bloß drei und, ja, ähm, ist natürlich ein Vorteil hier. So, jetzt habe ich hier allerdings, ähm, jetzt habe ich hier allerdings gerade einen Kritikpunkt, Punkt, ähm, uns wird hier versprochen, dass wir eine Monster-Erfahrung plus 100% haben, wir haben allerdings für dieses Mob 14,28% bekommen, 14,28% ist exakt die Menge an Erfahrung, die man in Flythe mit 1er-Rates bekommt, allerdings werden hier 2er-Rates versprochen, jetzt ziehen wir mal kurz dieses Ding hier an, also, 27 erzeugt, oh man, schön, 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 ähm, ja, wir sollten definitiv mehr XP bekommen. So, und hier muss ich dann das Ganze nochmal ein bisschen, ähm, korrigieren, ähm, ich habe das Video veröffentlicht, ähm, was ihr aktuell gerade schaut, und dann direkt wieder offline genommen, denn in den Spieler, beziehungsweise in den Kommentaren hat mir jemand geantwortet, und zwar war das, Moment, ähm, Bolt Action Knife, nochmal danke an dich, ähm, der sagte, in der englischen Version, in der englischen Übersetzung, ähm, steht hier links, bei diesem Pfeil, ähm, dabei, dass es erst auf Level 30 gilt, und nicht ab Level 1. In deutschen Übersetzung hat man das scheinbar einfach vergessen, und, auch nicht für wichtig befunden, das irgendwie mal zu ergänzen, oder so, ich meine, das Ganze läuft jetzt auch schon eine ganze Weile wieder, das läuft seit, ich glaube, drei, vier Tagen, oder so, ja, ähm, das ist mein wirklich großes F an Flive Universe, ähm, ich habe mich hier in der Folge, die ihr aktuell, aktuell gerade schaut, beziehungsweise die ich jetzt gerade, ähm, nachkommentiere, ziemlich aufgeregt, genau, hier sieht man es nochmal, ähm, hier steht eben die Info mit Level 30 nicht dabei, ähm, ich habe mich ziemlich aufgeregt, und habe auch gesagt, dass es schon echt, äh, einfach an einem Scam, äh, grenzt, oder vielleicht sogar mehr, weil man einfach nicht weiß, ähm, ob halt, nur die XP nicht passen, oder ob halt eben zum Beispiel auch die Upgrade-Raten nicht passen, und, genau, ähm, auf jeden Fall, angeblich, ab Level 30 soll das Ganze dann eben der Fall sein, ich will jetzt nicht extra bis Level 30 leveln, um das zu testen, ähm, ich bin mir sicher, Spieler-Style macht das oder so, aber, äh, ja, nee, also, ähm, genau, hier habe ich mich nochmal versichert, um auch nochmal nachzuschauen, wo war das Ganze hier, äh, hier steht auch, äh, Sir Basic-Info, ähm, XP 200%, also, ich wollte einfach nur sicher gehen, dass ich hier wirklich nichts irgendwie auslasse, und, in meinen Augen habe ich auch nichts ausgelassen, weil es kann ja keiner ahnen, dass es halt, in der anderen Sprache plötzlich, keine Info gibt, die es halt irgendwie, äh, richtig stellt, also, ja, aber gut, ich habe das Video, wie gesagt, trotzdem offline genommen, ich würde es dann nicht irgendwie, live, universe und spine passen, wenn es eben, nicht nötig ist, und, ja, genau, das ist immer so der kleine Punkt, ähm, natürlich, kann man jetzt sagen, es gibt noch andere Sachen, diese Level Achievements, äh, sind ganz nett, Enhanced Equipment Exchange, weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube, es sind einfach Features, die in der Zukunft dann sowieso reinkommen, ähm, PVE-Time-Ranking gibt es auf P-Servern auch schon, generell, Universe baut sehr viele Features ein, die es auf Privat-Servern gibt, das ist nicht schlecht, ist auch nicht falsch, aber, ja, ähm, weiß ich nicht, also, ist nett, ist eigentlich, ist nett, das kann man auf alle Fälle sagen, und auch die Aufmachung und so weiter, ist natürlich hier schon, ähm, nicht schlecht gemacht, also, von dem her muss ich sagen, schön aufgebaut, aber, teilweise, ein bisschen Great-Heads-Kontrolle wird auch bei Life Universe nicht, äh, nicht schaden, ähm, denn es gab halt schon, hier und da mal wieder so Sachen, wo man sich so denkt, so, ach, come on, hätte nicht sein müssen, hätte wirklich nicht sein müssen, aber okay. Naja, ich will auf alle Fälle keinem hier irgendwie den Spaß vermiesen, wie gesagt, die XP-Rates, äh, scheinen dann zu stimmen, ich habe es jetzt nicht getestet, aber ich glaube das den jetzt einfach mal, ähm, ähm, ich vermute mal, es haben schon sehr viel mehr Spiele jetzt reportet, äh, oder bemerkt zumindest, und wenn es auch nach Level 30 nicht der Fall gewesen wäre, dann glaube ich, wäre das schon ein um einiges größerer, äh, Shitstorm entbrannt, und deswegen vertraue ich jetzt mal zumindest drauf, dass es hier irgendwie, ja, ein isoliertes Problem ist, sagen wir mal so. Übrigens lustig, ich habe 45,00000 Prozent, krass, das muss man erst mal schaffen. Das ist echt heftig. Genau. Ähm, ich habe übrigens auch nochmal drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob das gerade vor diesem Video war, äh, vor diesem Teil war, ich glaube nicht, ähm, und zwar dieses, ähm, Higher-Lower-Damage-Dingen sind da oben vom Element her, also zum Beispiel den Blitz mit dem Fall nach unten, also man macht 30 Prozent, äh, weniger Schaden, wenn man Blitze auf dem Element hat, äh, auf der Waffe hat, und, ähm, 30 Prozent mehr, wenn man eben, ähm, ähm, Wind auf der Waffe hat, und ich würde es ganz cool finden, wenn es auch privat so übernehmen würden, denn das ist eigentlich ein cooles Feature, denn man könnte es auch ausbauen, hier immer drüber gesprochen, wie cool, dass es hier zum Beispiel umgesetzt ist, mit wie viel Liebe das auch gemacht wurde und so, ähm, auch einfach mal, um neben den negativen Aspekten auch was Positives zu sagen, ähm, auf alle Fälle würde ich es cool finden, wenn man es auch auf Privatsäuren umsetzen könnte, und wenn man das Ganze ein bisschen erweitern würde, zum Beispiel, dass die, dass der tatsächliche Waffen-Bonusschaden direkt darauf dynamisch berechnet wird, zum Beispiel, ähm, Element plus 1 bringt dann 30 Prozent mehr Schaden, und Element plus 20 bringt dann irgendwie, keine Ahnung, 70 Prozent mehr Schaden oder so, ähm, und das gleiche für die Suit und so weiter, das würde ich ziemlich cool finden, ähm, weil vor allem, ich meine, sehr viele Spieler, und, ja, ich kenne wirklich echt einige Spieler, die nicht wissen, und mir geht es teilweise auch so, vor allem bei diesen neuen Icons da, die erst seit 10 Jahren existieren oder so, ich muss teilweise auch mal googeln, so, was war das nochmal, was war lila nochmal, war lila jetzt Wind oder, oder Erde, ähm, verwechsle ich einfach immer, ähm, genau, deswegen, würde ich nicht falsch finden, wenn man das irgendwie einfach ergänzen würde, und wenn man auch direkt einfach sieht, okay, dieser Bonus von Element plus 18 bringt mir jetzt einfach irgendwie 70 Prozent, 60 Prozent mehr, mehr Damage, genau, ein Leaf-Halmet, ja, ich meine, das Ganze ist ja ganz nett gemacht, also ich, wie gesagt, ich rede vielleicht ab und zu mal auch negative Sachen drüber, ähm, teilweise ist es, ähm, begründet, wie zum Beispiel jetzt hier, dass es einfach nur ein neuer Season-Server ist, Leute gehen alle drauf, Leute donaten rein bis zum Umfallen, und dann nach ein paar Monaten ist es wieder vorbei, natürlich, die Kritik sehe ich halt schon als wichtig an, aber andererseits muss man auch sagen, ähm, die Entwickler, die für die ganze Monetarisierungsaktion hier nichts können, ja, also es macht alles so Publisher, ähm, die Entwickler haben hier wirklich eine echt ordentliche Arbeit geleistet, sie wurden halt nur ein bisschen verschaukelt von Galalab und jetzt dem neuen Publisher leider, muss man sagen.